Susan Sideropoulos ist wirklich eine Schönheit. Stets mit einem Lächeln auf den Lippen nimmt sie ihre Fans auf Instagram regelmäßig mit durch ihren Alltag. Doch bei diesem heißen Foto staunen wir nicht schlecht. Auch wenn Susan hier ihr schönstes Lächeln präsentiert, werden wir von ihrem sexy Outfit abgelenkt. Im türkisen Spitzenkleid posiert die schöne Blondine für die Kamera. Der dünne Stoff lässt einen Blick auf ihren schwarzen BH erhaschen. Lediglich ein Morgenmantel umhüllt das freizügige Outfit der Schauspielerin. Ihre Haare trägt sie offen und leicht gewellt. So bekommt sie sonst sicherlich nur Ehemann Jakob zu sehen. Und auch die Fans sind bei diesem verführerischen Bild der 38-Jährigen völlig aus dem Häuschen. Auf Instagram kommentieren sie, zum Verlieben diese Frau und wunderschön. Doch hinter diesem Look steckt mehr als gedacht, denn die Mutter von zwei Kindern dreht an diesem Tag für ein neues TV-Format auf ProSieben, wie sie selbst unter dem Foto verrät. Offensichtlich handelt es sich dabei um einen Prank. Wer hier wohl auf den Arm genommen wird? Wir sind gespannt.